Ja, oh! Shit, ich glaub die Maus war jetzt die ganze Zeit im Bild zu sehen. Ach, egal. Damn it. Ja, Freunde! Freunde der Nacht, es ist... 10 vor 10. Oh Gott, wie gut, musst du doch ins Bett gehen. Nee, ich hab gerade übelst schwein, dass meine Mutter bei einer Party ist und meine Großeltern, die... Ähm, die lassen mich auch die ganze Nacht, das hat mir den, ist egal. Cool! Ähm, ja, das heißt... Welt 2 ist abgehakt, wir betreten... Welt 3. Welt of 2000XX, 2000XX, keine Ahnung. Okay, und jetzt... Dim, 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 wir spielen Mega Man. Dim, dim, dim. Das hab ich extra wegen dir gesagt, Vicky Orz. Das ist weg, Erinnerung. Ach, shit, ich hab's verkackt. Ja, erst gestern, da hat's... Da hat's... Erst gestern hast du mir erzählt, warum du immer den Satz sagst, wir spielen Mega Man. Und da hast du mir gesagt, du hast es ja von Mushroom King & Fusion. Ganz am Anfang bin ich ja von der Pipe hier gekommen, hab hier mal kurz reingeguckt und hab's ja gesagt. Äh, gesagt, ja, im Rhythmus des Liedes. Gut, ähm... Spielen wir Gutsman Query. Du bist jetzt Welt 3, gell? Yo. Und die... Das Spiel hat 8... Äh, 10 Welten oder so, keine Ahnung. Oh Gott, das wird bestimmt... Let's play mit 1000 Videos. Ja, das kann man so sagen. Lesen wir mal. Welcome to the world of 2000XX bis 2100X. Kein Bock auf Englisch zu sagen. This is the alternate Earth of the future. Das ist die Alternative der Erde der Zukunft. Which involves a growing conflict between Mega Man and Dr. Wily. Also eine Erde der Zukunft, welche einen Konflikt zwischen Mega Man und Dr. Wily beinhaltet. Enemies hier können be defeated in Standard Race. Also die können in normalen Wegen besiegt werden, wie durch, glaube, draufspringen, werfen und so einen Scheiß. Eine unbekannte Energie gibt dir viele Möglichkeiten, Power Level, Camp Rocks zu übersetzen, Damage, mehr als sonst. Artistus' call has been sent out and received somewhere in this world. An-Anti-Zi-Pi- Antizipation? Ich weiß, ich rede mit Absicht jetzt richtig deutsch. Of her arrival stolen and modified robot master weaponry has been stashed by Dr. Light in various locations. Das Lesen langmalt! Ah, fertig. Ja, ähm, du hast das von Dr. Wily gesagt. Ja. Ich dachte, der wird Willy ausgesprochen. Ähm, Funk Royale sagt bei Mega Man 3, bei seinem Mega Man 3 LP, dass er in Mega Man 1 und 2 wirklich nur Willy heißt. Keine Ahnung, wo er die Info her hat, aber es ist so. Noi. Ähm, warum nehme ich Mega... äh, Mario als Spieler? Ja, ähm, er hat ein Mega Man Suit. Oh Gott, den sollten wir irgendwann in der Stage bekommen. Oh Gott. Das, wir haben, das ist ein Remake aus Mega Man 1 und... Das ist das Erste, da wird. Das ist ja. Liki, oh, du siehst ja, wie scheiße schwer das hier ist. Aber der Kalfall kackt nicht, weil der ein Mega Man Ass ist. Ja, Mega Man 1. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wir sehen hier Mega Man 1 und 16-Bit, zahlen sich einige... Wow, Smash & Game Infusion Team ist ja echt fleißig. Aber ich denke, die Grafiken haben sie aus der Sega Genesis Version entnommen. Ich glaube nicht, dass die jetzt wirklich so fleißig waren. Was jetzt nicht heißen soll, das sind faule Säcke. Nein, das sind kreative Köpfe. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Cool, man kann ihn auf den Kopf springen. Oh, das ist so geil, Mann. Es ist echt ein 1 zu 1 Remake vom NES. Oh Gott. Oh Gott, was willst du tun? Nein. Was ist? Nein, meine Stimme, die Klanggott überreht. Ja. Verstehe ich dich eh ein bisschen leise, weil ja, der Endgame-Song ist zu laut. Und ich drehen ab, dann bist du auch sehr leise. Oh, hey lol. Siehst du, wie der Koopa gefangen ist? Oh nein, ich habe den einen gesperrten Koopa gefangen. Nein, kleiner Drecks. Ich habe ein kleiner Ritual. So heißen wir, wenn du kommst. Oh, oh. Gleich. Man sieht ja mal in meinem Leben, dass ich nur noch einen Teil habe. Gut, Schlüssel. Ja, wir haben es geöffnet. Das heißt, wir können durch. Ach Gott, kommt, ihr kleinen Ritual-Boom-Bars. Ich war ja heute draußen, ja, das geht verpackt. Und ich sollte doch lieber eine Jacke noch eins, weil ich bin mit einem großartigen T-Shirt rausgegangen. Naja, die Jacke anzelt ist unbalanced, ja. Und wir sind bei... Willst du noch was erzählen? Naja, ich habe von so einem Mädchen aus, es geht auch mal mit der Anschluss gekommen, weil ich bin T-Shirt draufgegangen. Noll. Diese T-Shirt-Jürfen und alles, ich habe mich zu bitten. Boah, das ist so geil, wir kämpfen gegen Gatzen, man. Boah, das ist so geil, dass sie das echten als Remake gemacht haben. Weil du willst gar nicht die Grafik vom NES sehen, das ist echt primitiv. Cool, wir können auf ihn springen. Ähm, was hat sich bei dir geglitscht? Die Datenübertragung, ich sehe immer noch hier diesen Gehester, dieser rote Teil da. Äh, Gegner da. Jetzt ist er tot. Jetzt sind wir auf der Overworld. Ja, und ich habe immer noch ein paar Trickzüge von denen gesehen. Achso. Yeah, wir spielen Mega Man mit Wikiki Orts. Ja, Shop brauche ich nicht gehen, wir gehen jetzt hier mal rein. Oh mein Gott. Sniper Jaws. Oh fuck. Oh, das Spiel ist einfach genial. Oh. Alter, Marco ist echt voll die fette Version von... Die übergewichtige Version von Mega Man. Also in dem Anzug, schau nur seine Wampe an. Nein. Scheiß. Welt 2, Castle Cutman. Nein, jetzt nur weil dein Castle steht neben mir nicht... Ähm, oh, Castle in der Simon's Quest. Äh, Simon meine ich, sondern wir spielen weiter. Da bist du schon jetzt kaputt lachen, wie du rauskopfschaut. Dann muss deine Wampe an. Ja, lach dich nur aus. Während ich das hier überlese. To climb down ladders, jump while crouching. This is because Mario has an ability that Mega Man doesn't crouching. Die erzählen hier was wegen Bugs und so. Ja, ich kann seitlich nicht schießen. LOL, wie der mit den fetten Hüften rumtarnt. Das nenne ich echt mal voll in dem Fertzak in Latexanzug. Ding, 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 ding. Im Rhythmus der Herrmusik schwingt. Maha, ha, 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 jo. Im Mega Mananzug seinen fetten Arsch... Okay, das war jetzt genug Alba... La... Alba, nein. Oh Gott. Die Q-Ord, bist du noch da? Nein, nein, schon kurz kurz A-F-Karte. AF-Karte, das soll ich dir niemals verzeihen, ey. Ich, ich, ich... Oh Gott. Das, jetzt hast du deine Karten bei mir verspielt. Ich war gerade... Okay, das entschuldigt alles. Oh Gott, ich trinke noch ein Schluck, eh. Oh Gott, wie du gestern ein Schluck aufhattest. Ja, das war brutal. Oh Gott, die Cut Man-Stage. So, tot. Manchmal habe ich ein Schluck aufhattest. Naja, ist auch nicht so viel. Oh Gott, die Mega Man-Stages sind hier so cool. Seht ihr? Hier fällt der Kyle jetzt nicht mehr so viel. Also er verliert nicht mehr so viel wie in World 2. Das gefällt mir. Jetzt macht Mushroom Kingdom sauviel Spaß. Dreck ab. Vorrecke! 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 Noch? So. Nein! Gut. Tot ist er. Was heißt tot ist ein Roboter? Die können sterben. Kann sie nur zu Schrott verarbeiten. Oh Gott. Was? LOL! Die Viecher gibt es aus dem Game Boy von Dr. Wilde's Rache. Wie geil, dass die das hier reingebaut haben. Boah, fett. Mit diesem Spiralen-Dinger, der jetzt auf mich zukommt. Ja. Und wir haben hier eine Sutsi. Was sind sie denn hier? Ja. Dickyauts checkt jetzt gar nichts, weil ich hier mit meinem Megaman-Wissen rumprotze. Du bist... Du bist Megaman-Stre... Du bist ein Megaman-Stre... Megaman-Freak. Check das. Nein! Nicht schon wieder. Was denn? Ich hab... Ich hab Schluck auf. Du hättest nicht so viel saufen sollen. Du hast gesagt, ach, ich trinke noch was. Ja! Schluck auf in meinem LP. Das ist doch mal geil. So was gab's noch nicht. Aber wenn du das... Wenn du das reingebaut hast... Wenn du das reingebaut hast... Wenn du das reingebaut hast... Ich krieg doch... Oh Gott. Halt die Luft an oder... Sauf noch mehr. Oh Gott! Nein! Megaman-Anzug. Ich versuch's jetzt zu verkleiden. Ja, stell dich dann auf stumm, wenn... Wenn's nicht geht. Ja. Sag dann, wenn du wieder dabei... Äh, da bist. Das war immer komisch. Immer krieg ich Schluck auf, wenn ich... Immer krieg ich Schluck auf, wenn ich... Immer krieg ich Schluck auf, wenn ich... Wenn ich... Wenn ich... Hier... Hier... Das ist gerade nicht erwarte. Ja klar, ist immer so. Mann, ich bin abgereikt. Ähm... Ja, nochmal. Ja, stell dich auf stumm, wenn's einfach nicht geht. Ich versuch's. Ähm, ja, was gäbe es so zu sagen? Megaman. Dr. Wileys Rache wurde als Let's Play Again nochmal gespielt. Und ja, ähm... Wie gesagt, Teil... Oh Gott, ey, spring doch mal durch. Teil 2 und 3 sind immer noch als in Planung, als Let's Play Again. Und ja, Dimisai war bei Teil 1 dabei. Und bei 2... Teil 2 wünsch ich mir Vicky Orts. Und ja, ähm... Und ja, ähm... Oh, du bist ja noch da. Nein! Ja. Und ja, bei... Ja, wird das gesagt. Mensch, wenn... Wolle ich auch... Oh, ich kann doch nicht noch... Wolle ich weiß was... Hast du mich jetzt was gefragt? Ich hör dich nicht immer gut, ja? Ähm... 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 Wenn Mensch was red... Red zusammen, lass dich doch was... Ich hör dich wirklich sau leise. Lass es einfach. Okay. Wenn's nichts wichtiges war es egal. Nein! Was? Ich wollt... Mua, Fick denn! Äh, Ficken. Jaja, das freut mich. Äh, ja. Bei Mega Man 2... Für den Game Boy wird... Ähm... Unser netter Vicky Orts dabei sein. Als Gastkommentator. Und in Mega Man 3... Was, echt? Weißt du doch. Egal. Bei Mega Man 3 will ich dann Dimi Sai und... Wicky Orts dabei haben. Ja. Das wird ein Spaß. Nein! Ich bin echt sau schlecht. Komm. Das lassen wir... Ja, lass aus! Ich will auch... Boah, knapp. Dim, 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 dim... Ich hab ein Leben bekommen. Boah, elf Leben? So viel hatte ich nie. Naja. Oh, shit. Komm, lass mal das alles. Hier gehen wir weiter. Oh Gott. Dreck ab. Ach, dich lass mal. Am besten. Na, da, da, da. Nein! Du hast auch... Du hast auch schwarz mit deinem... Mit deinem... Ne? Du hast auch schwarz mit deinem... Mit deinem... Ähm, was? Ich hab nur gehört, hast du auch schwarzen Hintergrund bei deinem LPs? Alter, Vicky Orts, lass es einfach. Ich... ich hör... Red lauter, vielleicht kann ich dann antworten. Wenn ich... Wenn ich lauter rede, dann... Dann... Zack, jetzt die Musik ist aus, sag schnell! Ich... 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 Ich...